Das zu Bitcoin, der Bitcoin-Dominanz, Altcoin-Season und ob Projekte die All-Time-High erreichen und warum viele, wir hatten jetzt gar nicht geklärt, wie viel Prozent die All-Time-High nicht erreichen, 75% haben die All-Time-High nicht erreicht. Im Preis. Viele davon, wenn man hier guckt, sie sind rot, sie haben die All-Time-High nicht erreicht, hier nur 57%, 39% haben aber trotzdem im Up-Zyklus immer noch gute Anstiege mitgenommen. Das heißt, nur weil ein Projekt das All-Time-High nicht erreicht am Kryptomarkt, heißt es nicht, dass es schlecht performen wird. Nehmen wir als bestes Beispiel, was mir gerade auf Anhieb einfällt, einfach mal Dent. Wenn wir uns Dent anschauen, hier 2018 370x, hier oben war das All-Time-High bei fast 11 Cent, dann runtergefallen um 99,9%. Eieiei, krank. So stark abzufallen im Aktienmarkt hätte jeder gesagt, das Projekt ist tot. Ich meine, wir sehen die gleichen Vorwürfe jetzt auch im Kryptomarkt. Viele hassen Dent oder sagen, das Projekt ist tot, es kommen keine neuen Nachrichten. Es ist aber ein fertiges Produkt, was genutzt wird, vor allem im Boran, wenn Leute ihre Gewinne entnehmen. Und hat trotzdem wieder ein 300x gemacht im Up-Zyklus. Also von der Performance hat es nicht versagt. Es hat Bitcoin um Meilen outperformt. Aber wenn wir darüber sprechen, ob es das All-Time-High brechen kann, ist es eine andere Sache. Also, wir sehen, wo war die Studie? Wir sehen hier, 75% haben das All-Time-High nicht wieder erreicht, aber es muss nicht heißen, dass man damit keine Gewinne mitnehmen kann, wenn man etwas klug ist, zur richtigen Zeit einkauft, zur richtigen Zeit verkauft, den Kryptomarkt und das System dahinter versteht. Wenn man es nicht versteht und einfach über mehrere Zyklen, das ist auch wieder ein Grund, warum ich sage, ich kaufe keine Kryptos und halte sie über mehrere Zyklen. Heute eventuell ist Render Token der Schreier, ist der Hit. Aber eventuell in zwei, drei Jahren ist Render Token völlig irrelevant oder es gibt einen besseren Konkurrenten oder sie haben sich irgendeinen Skandal geleistet oder, oder, oder. Es kann so viel passieren und daher halte ich Kryptowährung, vor allem Altcoins, nicht über einen Zyklus. Ich meine, wir haben es hier bei, was war das mit dem 7000X, wo ist das? Bei Dash gesehen, 7900X, im nächsten Ballrand völlig irrelevant. Absolut nicht die richtige Zeit. Es lohnt sich nicht, Altcoins über mehrere Zyklen zu halten. Hier, nicht mal 30% des All-Time-Hypes von dem Anstieg wieder erreicht. Richtig schlecht eigentlich. Vor allem, wenn jemand aus dem Aktienmarkt sowas sieht, der würde sich todlachen, schlapplachen. Aber, die Leute aus dem Aktienmarkt müssen verstehen, es kommen im Kryptomarkt mehr Projekte rein als Liquidität. Unfassbar viel mehr als Liquidität. Daher ist es sehr schwer und man muss die ganze Zeit dabei sein, mit der Aufmerksamkeit, sich recherchieren, also neues Wissen aneignen, recherchieren und dabei bleiben. Sonst passiert sowas hier. 29% und 12X. Völlig irrelevant. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link. 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.